Hallo, willkommen zu einem Letzttest, den Gartensimulator 2010. Ähm, ich habe, ehrlich gesagt, überhaupt keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Ähm, ich werde jetzt einfach mal drauf los simulieren. Ähm, ich schaue mal, freies Spiel oder Mission? Ich denke mal, ich werde mal eine Mission machen. Und zwar, Rasenmähen. Das dürfte ja wohl, selbst für mich, nicht zu schwer sein. Ich gehe in die Gartenhütte und hole meinen Rasenmäher-Drecker. Und keine Hüte führen, aber den Rasenmähen. Dann wollen wir mal schauen, dass ich das hier gut mache. Es ist wirklich nicht einfach, als ich die Rasenmäher-Drecker habe. Das war in eigener Fall in der Regel. Ähm, kein Hüte. Ups. Also wirklich, es ist nicht einfach... Ich weiß nicht, ob ich das jeweils hier verkommen. Hier, hier kein Hüte. Ähm... ... Scheiß nix, Leben ist in die Keine Hunde, Keine Hunde, Keine Hunde, Keine Hunde Ähm Ja, natürlich, dass eigentlich überhaupt nicht Aber wie gesagt, ich teste es erstmal an Äh Ich bin im realen Leben, quasi Menschen scheiße Ich hab's fast nicht geschafft Oh, ich hab gewonnen! Und dann kommen wir mal zurück zum Hauptmenü. Ähm... Keine Ahnung. Kann auch gut jetzt machen. Ups, ich war noch einmal nö über das neue Weg. Ich habe keine Ahnung, was jetzt vielleicht passiert, wenn ich den Rasen gemäht habe. Oh, ich hab gewonnen! Und dann kommen wir mal zurück zum Hauptmenü. Ähm... Gut, ich habe keine Ahnung, was jetzt gleich passiert. Ob mein PC abschmiert, ob überhaupt irgendwas passiert, weil ich habe vorhin schon einmal reingeschaut. Da ist einfach mal das ganze Spiel abgeschmiert, weil eine Fehlermeldung kam. Jetzt bin ich gespannt, ob das nochmal passiert. Und dann haben wir es nochmal. Ich weiß nicht, was das ist, aber es bricht jetzt ab. So, da das Spiel ja gerade abgeschissen ist durch eine unbekannte Fehlermeldung. Dann würde ich sagen, starten wir einfach noch ein neues. Auf ein neues mit Missionen. Diesmal nehmen wir Rasenmähen 2 oder was nehmen wir? Wettbewerb, Ernte und Verkauf, Nachbarschaftshilfe. Also, Rasenmähen 1 habe ich ja total versemmelt, indem ich die Blumen umgemäht habe. Aber ich versuche mal mit Rasenmähen 2. Oh weia. Ähm. Bitte nicht. Was? Wetten, ich darf das da nicht ummähen und das da. Und dann gibt es richtig Ärger, wenn ich das da ummähe. Och. Ich freue mich jetzt schon. Und natürlich bin ich wieder das Hätte-Ding zu mähen, weil ich da auch so intelligent wie umgehen kann. Schuss. Du musst mich selber ausreffen. Und das ist gerade einfach... Äh, da ist immer noch gleich und ich glaube, ich habe gerade, äh, das Feld mit weggelegt, jedenfalls das, was da auf dem Feld drauf war. Ja, so genau. Das ist ein Scheiß. Jetzt ist es halt unser Mensch. Jetzt ist es halt die Frage, die ich weiß nicht, aber ich habe wieder irgendwas abgedacht, was ich noch nicht sollte. Aber wir haben auch da auch mal entgegen. Ja, das war wohl nichts. Ich versuche es gleich noch mal und wir sehen uns. So, ich versuche jetzt gleich noch mal. Ich lasse das doch nicht auf mir sitzen. Man wird das doch wohl hinkriegen, diesen dämlichen Rasen zu mähen. Das, 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 das kann doch gar nicht sein. Ich werde das schaffen. Ich werde diesen Rasen mähen. Ich werde diesen Rasen mähen. Es ist mir egal, wie lange ich hier mal sitzen kann. Äh, das war eigentlich nicht so, dass ich gar nichts gesehen habe. Aber ich versuche es mich nicht so. Aber ich weiß nicht, wie lange ich mich. Soll es nicht noch so gut gehen? Soll es nicht? Soll es nicht mehr? Soll es nicht mehr so gut gehen? Die Hüge kommt wohl. Was haben Sie jetzt nicht? Hups, ich hab wirklich kein Loch weggegeben. Oh, es geht gar nicht. Das muss man rausgehen. Puff! Ah nein, das ist vielleicht weit weg. Ich werde das ausdrehen. Das ist der letzte Masse, dass du nicht weg bist. Nein, nein, nein. Aber nicht nur. Das Ding steht in der Hand. Das Ding steht in der Hand. Ich hätte jetzt noch nicht mehr auf dem Weg sitzen. Ich habe das gleiche Gass. Ich habe das gemacht. Ich steuere mich nicht. 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 Keine Ababau. Ich steuere mich nicht. Ich steuere mich nicht. Aber wer ist jetzt noch nicht los? Dann werde ich weiter gehen. So eine Erdung. Und ein Baum hat sich nicht erfahren. Aber ich sage, die beiden Sachen haben wir nicht. Ich habe keinem einen. Und ich habe keinen Grund mehr zu wissen. Beziehungsweise ein Fenster. Oder etwas anderes. Und ein Baum hab ich nicht gemacht. Aber das ist sehr realistisch. Reihung. Ich habe keinen Ort gegen den Baum. Und er ist dann abgelostet. Ich weiß nicht, dass ich eben noch ein bisschen viel dabei geniegt habe, aber... Naja, das heißt, dass wir die ganze Zeit haben, 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 dann probieren wir doch mal im Rasen, wenn wir die Gläden haben, wenn wir die Bauchschmerzen haben, wenn wir die Bauchschmerzen haben, dass sie den Bauchschmerzen gegeben haben. Hm, das ist so... Eigentlich ist das Ding, weil wir fahren jetzt auch ein Stück aus dem Weg. Ein kleines Stück noch, aber dann habt ihr ein bisschen geplant. Weil ich sie hier dahinter gesagt habe, dass ich das Ding sehr gerne habe. Ja, das ist so... Dann traf ich uns vorbei, wenn man das hier mit der Hand macht. Das ist aber nicht, dass ich irgendwann... Ich hab's geschafft! So, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich hab's geschafft! So, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich hab's geschafft! Jaaa! So, wir sehen uns dann gleich mal im Hauptmenü wieder, wenn ich versuche zu ernten. Hiiii! Wie, wo? Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft!